Die Belustigung ist groß, denn wir stellen gerade fest, dass dieses Telefon... Genau, es ist kein Handy, es ist ein Telefon. Es ist ein Telefon, eigentlich ist es nur Telefonzelle. Pass auf, der Hut ist gleich raus und dann geht es von hier bis hier. Moment, Moment, klapp, 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 klapp. Und dann innen drin, kubbel, kubbel, kubbel. Hallo! Ich dachte erst in Logia oder was. So, jetzt hatte mein Vater unkaputtbar. Oh, jetzt hab ich es auch ge... Ich hätte das Handy gesehen. So, jetzt müssen wir in der Folge mal was hinkriegen. Ich frag jetzt noch mal die Eieruhr an. Man kann damit sogar telefonieren. Damit kann man aber noch kein Foto schießen. Das ist das einzige, was du damit machen kannst. Telefonieren! Sie haben aber auch hier Krattenwagen zu sein. Die Schrift darauf ist russisch, kann ich nicht lesen. Aber da steht ein Telefonsymbol mit einer Nummer daneben. 0 3 1 1 2. Na dann ruf mal an. Mit Roaming und so kostet dich das auch nur ein Vermögen. Eine Gegensprechanlage. Und ich dachte immer in so abgelegenen Regionen gäbe es nicht mal Strom. Ich wohne ja auch auf dem Dorf, wir haben auch kein Wasser. Nee. Wir pinkeln auch alle noch im Garten. Und kacken erst. Das ist unglaublich. Ein Loch ausgehoben. Wir haben auch kein Häuschen mit einem Herzchen in der Tür. Nee. Ach, nee. Wo denn? Da gibt es hier so einen Donnerbalken und das ist halt gut. Morgens die Kuh wird gemolken. Was sag ich denn jetzt? Guten Tag! Guten Tag! Ich mache hier in der Gegend Urlaub und bin zufällig vorbeigekommen. Sieht toll aus. Ist bestimmt alt, oder? Kann ich mir das Haus mal aus der Nähe ansehen? Das stimmt was. Ich bin ein großer Fan von Gebäuden aus der Zarenzeit. Sonst geht es aber noch, oder? Das ist hier ein Krankenhaus, kein Museum. Ja und? Ich will es mir doch nur mal ansehen. Dauert auch bestimmt nicht lang. Hier gibt es ja sonst nicht so viele interessante Gebäude. Ich kann auch nichts dafür, dass Sie am Arsch der Heide Ihren Urlaub verbringen. Hier können Sie auf jeden Fall nicht rein, wenn Sie nicht gerade erarzt oder kurz vorm Sterben sind. Und nun lassen Sie mich in Ruhe. Ich will mir das Fußballspiel weiter ansehen. Na, wir sind doch zufällig, äh, Arzt. Das mit dem Architekturtouristen gehörte wohl nicht gerade zu meinen besten Ideen. Fürs nächste Mal merken, mit Kunst kommt man nicht weit. Was liegt da an der Bushaltestelle? Eine Stofftasche. Jutebeutel. Der Jutebeutel und Oleg. Der liegt hier auch noch. Eine Einkaufstasche aus Stoff. Mitnehmen. Oh, was ist das da draußen? Da basteln wir uns doch einen Arztkittel draus. Das sind Beeren, guck mal. Ich mag ihn nicht besonders, aber immerhin hilft er uns. An dem Brauch hängen kleine rote Beeren. Grabbeln. Alles mitnehmen, weil du kriegen kannst. Guck mal, so ein Gullideckel. Mein Arzt sagt immer, ich soll mehr Früchte essen. Naja, vielleicht ist mehr Früchte pflücken ja schon mal ein Anfang. So, hier einfärben. Nun habe ich eine löchrige Tragetasche mit hässlichen roten Flecken. Äh, 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 ich sterbe, äh. Nein, Mensch, wenn er sich umhängt, ist das so ein schlechter Kittel. Nee, der kann einfach sagen, er ist totkrank. Er stirbt. Die roten Beeren haben viele hässliche Flecken hinterlassen. Oder Oleg anziehen und sagen, hier, da, ich bin Arzt. Äh, zieh mal an da. Ich bring dich da als Toten rein. Siehste? Bind dir das mal um die Hand mit den fehlenden Fingern. Wenn der Sanitäter nicht so genau hinsieht, können wir ihm vielleicht vorgaukeln, du hättest die Finger gerade erst verloren. Sag ich doch, ich bin Arzt. Lauf ich mich Arzt, ich bin durch. Gegensprecheranlage. Hä? Was hast du denn jetzt gemacht? Krankenwagen, in Anruf. Achso. Hast du doch vorhin schon gesagt. Hallo, hallo, ich hab, äh, mein Freund hat sich schwer verletzt. Ich befürchte, dem fehlen ein paar Finger. Ja, ich stehe hier an der Bushaltestelle vor dem Krankenhaus. Vor dem Krankenhaus vor allem. Wir sind schon mal vorgefahren mit dem Bus. So, dann wollen wir mal hoffen, dass Olegs schauspielerische Qualitäten ausreichen, um den Krankenwagen zu verhauen. Zweimal Quidstecke, bitte. Wir sind extra schon hierher. Hinein! Hinein, Opel Otto. Ich kann so gut Russisch. Ich hab ihn jetzt extra für Daisy das russische Alphabet ausgedrucken lassen. Mit Übersetzung. Freak. Lampa. Lampa beleuchtet den Kellereingang. Na! Mitnehmen! Achso, geht er nicht. Wurschtglatt gähnen. Oh, er konnte... Oh, da ist ne Schere! Guck mal da! Ist ja eine OP-Zange. Das ist wirklich... Das ist auch so. Das ist auch so. Ob ich den Oleg... Nein, besser nicht. Nein. Lieber nicht. Mitkrabbeln. Nicht lange fragen. Was ist denn das für ne Schere? Das habe ich ja noch nie gesehen. Es ist keine Schere. Es ist eine Zange. So eine, die du vorne verkeilen kannst. Die sehen anders aus. Abgeschlossen. Ich kenn die nicht anders. Ich denke besser nicht darüber nach, was für Eingeweide damit schon entfernt wurden. Also du meinst jetzt eine, die du feststellen kannst. Die du auch als Griff benutzen kannst. Da klemmst du vorne was ein und drückst die hinten zu. Und dann hält die. Ne, ich hab die schon... Ach naja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie das im Fernsehen so dargestellt wird halt. Ich weiß nicht genau. Was, wo, wie... Ach! Oh, blättern mein Freund. Na dann aufi! Rettungstruppe! Ach so, macht er ja auch nicht. Aufi! Da die Lampe ging! Was? Die Lampe ging? Ne, doch nicht. Das Kabel? Ging das Kabel? Ach so! Äh, ne. Dann hab ich schief geguckt. Kann ja mal passieren, wa? Da ging noch was! Ach ne, Durchgang. Ach warte, ach warte! Ah! Guck! Sagt der Egen! Abmachen! Dann kann er sein Fußballspiel nicht mehr gucken! Geht aber nicht! Scheiße! Fühl ich aber kacke! Unsere ganzen schönen Ideen gehen einfach nicht! Da geht noch Durchgang! Was ist an dem... An dem Auto? Ja, gleich! Gleich! Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, da so einfach rein zu spazieren. Ach, kannst du mal probieren! Stell den dir so an! Guck mal hier! So ne Feiglinge! Oh, die Gargoyles! Kennst du die Serie? Nicht gerade wie ein typischer Krankenwagen aus! Oh, natürlich! Hammer! Mehr wie ein Militärfahrzeug! Aber was machen die hier so weit weg von jeglicher Zivilisation? Es ist ja auch ein Militärkrankenaus! Ist doch völlig egal, was die hier machen! Kannst du mit der Schere irgendwas am Auto machen? War hier gerade eine Fliege zu hören? Kannst du das Telefon nochmal benutzen und Nina anrufen? Ach so! Ja! Das ging vorhin ja auch! Ja! Mein Handy mit einem... Ihr Handy ist aus! Hab ich vorhin schon versucht! Gar nicht! War mir gar nicht dabei! Halt! Was ist das hier? Schatten! Irgendwas wirft diesen Schatten! Irgendwas hier ganz in der Nähe! Das ist ein Schlüssel! Das ist ein Schlüssel! Das ist ein Schlüssel! Der ist in der Lampe! Pass auf jetzt hier durch! Nee! Ja, hallo! Guten Tag, liebe Lampe! Könntest du mal bitte! Irgendwas geht immer noch nicht! So nicht! Aber es ist in der Lampe! Ja, die ist in der Lampe! Dreh doch auf, dein Ding! Oder was? Nein, der stellt sich an! Du bist eine Mimose! Nimm die hier hinten da und zack! Und drauf! Kannst du nochmal Müll füllen? Ich denke, das ist ja nicht! Hast du das schon gemacht? Mach doch ja nicht! Er guckt doch nur Container! Leere Spritzen! Verschmierte Verbrechen! Ja, ja, ja! Finger! Oh, das ist so dreckig! Da kann ich nicht reinfassen! Da gehen meine Köder total ab! Du magst den total! Du magst den! Was ist denn mit dem Rohr da? Scheint ein Abwasserrohr? Ja, ja, ja! Ein Abwasserrohr! Was ist jetzt also mit dem Rohr? Er hat auch eins! Geh nochmal weg da! Ständig stehst du im Weg! Das wird ja auch geschnuppt! Wieso kann der denn da... Wo soll denn der Schatten der Schlüssel der Dings da sonst sein? Max! Bitte! Jetzt! Jetzt geht's! jetzt geht es doch professor max operiert man eben den schlüssel aus der lampe großer gott passt das löwen hoffentlich ist keiner im keller doch im keller sind vielleicht ist ja was von nina drauf zu hören ist das scheiße fraktur des rechten handgelenks diverse prallungen und hämatome im kopf und Armbereich. Mit Ausnahme einiger äußerer Verletzungen im Großen und Ganzen also ähnliche Symptome wie bei den anderen Patienten. Der Bericht ist schnellstmöglich anzufertigen und nach Moskau zu faxen. Mist, die Batterien scheinen ihren Geist aufzugeben. Das hört sich aber ganz schön übel an. Was soll wie bei den anderen Patienten bedeuten? Heißt das, diese Bewusstseins- und Verhaltensstörungen treten hier bei vielen Leuten auf? Wenn ja, was ist dann die Ursache dafür? Ich sollte auf jeden Fall Nina davon erzählen. Denn irgendwas scheint ja nicht zu stimmen. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich weiß, dass es mir definitiv nicht gefällt. Ganz und gar nicht gefällt. Du, aber, 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 ich versuche ihn mir gerade sympathisch zu machen. Cool, die gleichen Kanülen haben wir auch auf Arbeit. Das sind die Großen lang. Und die Grünen hier? Die haben wir nicht. Weiß ich nicht, was das ist. Aber das sind die Großen lang, die nehmen wir für Lombalinjektion und sowas. Nein, ich will ihn mir sympathisch machen. Das war bei ihm, weil das gibt's ja manchmal so, hat er Nina gesehen und dann war er sofort total krass und sie verknallt so, war lieber auf den ersten Blick und so. So, er ist, er ist noch voll der Romantiker. Und er, er, er... Ignorieren. Jetzt bin ich voll abgewirkt, ja. Die Flaschen sind alle nur mit chemischen Formeln beschriftet. Nimm Halt! Solange ich nicht weiß, was sich dahinter verbirgt, lasse ich besser die Finger davon. Ja, frag doch mal, vielleicht weiß ich's ja. Wahrscheinlich ist er kaputt und steht deshalb hier rum. Kannst du doch aber auch nicht wissen. Nein. Nein, warte! Pff, was ist das? Nina Kalenkova! Ach nee, Petrova, Petrova, Petrova heißt das nicht. Kalenkova. Vielleicht finde ich heraus, was die mit Nina gemacht haben. Ka, Kach, Kaio, Kam, hmm. Scheinen keine Akten über Nina drin zu sein. Olek sagte ja, Nina sei unter falschen Namen gereist. Das ist ja mit seinen Armen gerade nicht in Ordnung. Wie war der doch gleich? Ich sag doch, das ist ein Spacko. Schauen wir da mal nach. Mann, jetzt sei doch nicht so anti. Per, Per, Peres, Peres? Peres Manuel? War das nicht der Typ, der damals zusammen mit Inas Vater an dieser Tunguska-Expedition teilgenommen hat? Der war auch hier? Warum das? Interessant. Das sollte ich mir mal näher ansehen. Wenn mich meine rudimentären medizinischen Kenntnisse nicht täuschen, steht hier was von schweren Verhaltens- und Bewusstseinsstörungen. Offensichtlich hat sich dieser Peres sehr sonderbar verhalten und wie es keinerlei semmt. Er hat sich nicht mehr als Matome bekannter Krankheiten auf. Naja, das ist ja Ewigkeiten her. Mittlerweile sollte doch die Forschung... Man hat anscheinend versucht, der Krankheit auf die Spur zu kommen, indem man Experimente an ihm durchgeführt hat. Bei vollem Bewusstsein die Schädeldecke, das ist ja grauenvoll. Stromschläge, Zwangsjacke, Schocktherapie. Das liest sich ja wie ein mittelalterlicher Folterbericht, aber offensichtlich hat der arme Kerl das Ganze überlebt. Er wurde dann vor wenigen Wochen auf Antrag einer gewissen Dr. Nicole Charroix in seine Heimat überstellt, nach Kuba. In einen kleinen Vorort von San Cristobal, westlich von Havanna. Offenbar hat sich dieser Peres trotz seines erbärmlichen Zustands so stark gewehrt, dass sie ihm die doppelte Dosis von Phen... Phenylzykludin-Piperidin gegeben haben. Es ist, glaube ich, ein Narkosemittel, das mittlerweile verboten ist. Schon sehr schön. Da liegt dieser Peres hier fast 30 Jahre rum und plötzlich überweist man ihn nach Kuba. Und kurz danach verschwindet auch noch Ninas Vater spurlos. Würde mich stark wundern, wenn es da keinen Zusammenhang gäbe. Nur welchen? Erst findet er gerade so mühevoll heraus, dass es Verhaltens- und Bewusstseinsstörungen sind. Vor allem, erst findet er gerade so den Schlüssel in der Lampe. Ja. Er lernt schnell. Und dann weiß er plötzlich, wie das Medikament, also was das für ein Medikament ist und dass es verboten ist. Ja, das kann man einfach schreiben, gehört haben. In der Tagespresse, oder? Oh, was? Hier sind das dann nicht auch die? Wieder zum Spritzen. Na ja, hier. So. Da. Hast du alles angeguckt? Nein, da. Halt! Halt! Ich finde die Dinger ehrlich gesagt albern. Ich komme da ja hin. Die sind voll cool, Mann. Besonders, wenn man bei 40 Grad eine Klausur schreiben darf. Ich sage, er ist ein Klotzkopf. Er ist und bleibt ein Klotzkopf. Ja, aber das ist ja immer Gegensätze ziehen sich an. Es kann in der Beziehung nur einer der Intelligente sein. Und das ist definitiv Nina. Achso. Guck gerade an. Gut. Ihhh. Oh. Gut, dass der hier läuft. Also mehr oder minder. Guck mal hier. Ich möchte nicht wirklich herausfinden, wer oder was da drunter liegt und woher all diese Flecken kommen. Nina ist es glücklicherweise nicht. Dafür ist die Person viel zu klein. Ich kriege gerade voll die Gäserhaut. Ich würde mir vorstellen, ich werde in so einem Krankenhaus behandelt, da brauchst du da... Ammoniak. Keine Ahnung, wozu die das verwenden. Oh, aber hier. Vielleicht als Ersatz für Riechsalz, um jemanden aus der Ohnmacht zu holen. Mitnehmen. Da willst du nicht operiert werden. Da willst du nicht mal irgendwas anfassen. Doch, er schon. Guck mal hier, der Anna ist voller Blut. Ich glaube, ich muss mich gleich übergeben. Ich mache mit. Vorsehen. Nicht hier. Vor allen Dingen renne ich dann weg. Eins, zwei. Beide tot. Steht doch schön. Nicht auf Russisch dran. Also nicht mit russischen Zahlen. Gibt es russische, russische Zahlen? Mit so einem Ding hört sich der Arzt immer mein Lungenrasseln an. Das klingt cool. Ja. Jetzt kann man damit auch hören. Blutdichtung fahren. Würde würden Sie bei uns ein Krankenhaus komplett dicht machen. Ja. Ich hoffe, ich zumindest. Oh, hier, hier. In den Ass. Epi. Sieht aus wie bei der Sieg. Eine Spritze. Scheint noch nicht benutzt. Allerdings liegt die Nadel frei. Ja, komm, rennen Arm. Ich sollte aufpassen, dass ich nicht in die Nadel fasse. Du könntest das auch schaffen, du Idiot. Ja, ja, ich dachte fast, der nimmt es nicht mit, deshalb. Guck mal, defekt. Was liegt denn da? Da liegt doch noch was. Da. Das ist geil. Scheint noch unbenutzt zu sein. Scheint. Das einmal hier ins defekte Wasser. Oh, bitteschön. Was wohl passiert, wenn man jemanden Ammoniak injiziert? Naja, medizinische Experimente sollte ich wohl auf später verschieben. Und wir das fortführen dieser Folge auch, denn wir haben es schon wieder geschafft für heute und für jetzt. Nur weil er so lange gebraucht hat. Guck mal, wie er guckt. Du bist so anti gegen ihn, den ich dir nicht leiden kann, ne? Bis jetzt in der nächsten Folge.